Die Jubiläumssaison 2015-2016 geht endlich los und wir starten direkt mit einem wahren Handballkracher. Der Meister gegen den Pokalsieger, Kiel gegen Flensburg, das Nordduell der Spitzenklasse beim Pixum Supercup. Seid am 19. August in Stuttgart dabei, wenn der erste Titel der 50. Handball-Bundesliga-Saison vergeben wird. Tickets gibt es bei allen Event-im-Vorverkaufsstellen unter der Ticket-Hotline 01806 601 160 und natürlich im Online-Ticket-Shop der DKB Handball-Bundesliga. Der Pixum Supercup 2015. Auf geht's in die neue Saison! Untertitelung des ZDF für funk, 2017